Hallo, ich bin Eljenix und das ist der 21. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part sind Iana und Fabian sicher etwas näher gekommen, also jetzt nicht wirklich auf romantische Weise, denn sie haben nur eine Techtel-Mächtel-Beziehung miteinander und dann wurde Iana gleich mal beim ersten Techtel-Mächtel mit ihm schwanger. Natürlich wurde sie das, denn in meinen Spielständen werden alle Sims immer schwanger. Für die Challenge ist das aber prinzipiell gar nicht so schlecht, denn Iana muss ja mindestens vier Kinder bekommen und da Fabian auch ein Werwolf ist, wird das Kind ziemlich sicher auch ein Werwolf werden. In diesem Part werden wir uns nun, wie in den letzten Parts auch, weiterhin fleißig um die Uni kümmern und außerdem werden wir das Geschlecht des Babys erfahren. Bevor wir rein starten, habe ich aber noch eine Kleinigkeit zu verkünden. Am 10. Dezember ab 9 Uhr findet auf Twitch ein Weihnachtsspecial von mir statt. Und zwar werden wir einen Speedrun der 100 Baby Challenge spielen mit Clemens Frost in der Hauptrolle. Es wird dort auch Gewinnspiele und jede Menge andere schöne Dinge geben, also schaut sehr gerne vorbei und folgt mir am besten schon mal auf Twitch. Aber gut, wir starten jetzt in den Part hinein. Und mit diesem etwas ungewöhnlichen Bild starten wir in den Part hinein. Iana und ihre Tochter Raya kochen nämlich tatsächlich gemeinsam. Also sie sollten zumindest gemeinsam kochen. Irgendwie sieht Raya ihre Mutter aber einfach nur zu. Ist natürlich auch in Ordnung. Zumindest fühlt sie sich jetzt wieder energiegeladen. Davor war sie nämlich wütend. Mit Letzchen erwischt wegen Schulereignis. Okay, das ist ein bisschen peinlich. Bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber arme Raya. Mach dir keine Sorgen. Deine MitschülerInnen haben das morgen schon wieder vergessen. Versprochen. Außerdem wünschte sich hier noch immer, Freunde werden mit Enrico. Ja, das haben wir irgendwie bisher auch noch nicht gemacht. Sollten wir auf jeden Fall tun. Der Grund, warum ich jetzt übrigens schon in den Part hinein starte, ist ganz einfach. Wir haben Freitag und Iana hat schon wieder den Ofen kaputt gemacht. Wow. Gut, naja. Und jetzt ruft uns auch noch Lili an. Hey, ich habe gehört, dass der Blasenmacher auf dem Gewürzfestival ein paar tolle Aromen zu bieten hat. Begleitest du mich? Ja, warum nicht? Ich wollte eigentlich sowieso mehr mit Lili machen. Dann gehen die beiden da jetzt zusammen hin. Raya kommt schon alleine klar. Was ich aber sagen wollte, es ist Freitagabend. Das Semester ist vorbei. Das heißt, wir werden in Kürze die Noten bekommen und ich hoffe wirklich, dass sie diesmal jeden Kurs erfolgreich abgeschlossen hat. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe es. Und hier sind wir. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hier passiert. Das hat Iana an. Dieses Outfit habe ich noch nie gesehen. Vor allem, man sieht auch ihre Narben. Hä? Ich habe ihr dieses Outfit ganz sicher nicht gegeben. Sehr verwirrt. Nein, das ziehen wir eher nicht an. Zieh dir mal dein Party Outfit an. Das sieht sowieso besser aus. Lili ist ja auch schwanger. Also die beiden werden sich jetzt wahrscheinlich noch besser verstehen, weil die beiden eben schwanger sind. Deswegen wird sie jetzt mal den Tag verschönern. Und dann werden wir sie mal nach Entbindungstermin fragen. Ich würde das so süß finden, wenn die beiden die Kinder zusammen bekommen würden. Oh mein Gott, ich hatte gerade die Idee für die perfekte Storyline. Also eigentlich steht es in den Regeln ja, dass Iana einen Werwolf heiratet, dann vier Kinder mit dem großziehen muss. Die müssen eben auch Werwölfe sein und so tragen sie eben das Werwolf-Gen über Generationen weiter. Und ja, das ist eben der Sinn der Werwolf-Legacy-Challenge. Aber wie euch sicher auch schon aufgefallen ist, Iana und Männer, das läuft irgendwie nicht ganz so gut. Also wir hatten Yalu, das ging nicht gut aus. Dann hatten wir noch den Alien-Mann, das ging auch nicht so gut aus. Und Fabian, naja, die beiden haben ja nicht mal eine romantische Leiste. Also das war ja wirklich nur etwas Körperliches. Aber Lili ist ihre beste Freundin schon eh und je. Also sie waren beste Freunde, jetzt sind sie leider nur mal gute, aber sie könnten sehr leicht wieder beste Freunde werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch voll cool, wenn die beiden zusammenziehen und wir verwandeln Lili dann in einen Werwolf und wir ziehen alle Kinder gemeinsam groß. Also so als große Familie. Derzeit sind die beiden ja nur befreundet und ich finde, sie könnten die Kinder auch freundschaftlich zusammen großziehen. Also dass sie so platonische Partnerinnen sind eben. Irgendwie würde ich das sehr, sehr cool finden. Und es würde auch zu den beiden passen. Und Iana ist eben als Single schwanger. Lili ist auch schwanger. Und ich glaube, sie ist auch Single. Das könnten wir ja gleich mal herausfinden. Wo können wir sie dann schnell fragen, ob sie Single ist? Hier. Und wir haben die Endnoten für Semester bekommen. Wir haben auf alles eine Eins plus. Unser Notendurchschnitt ist zwar noch immer drei plus, weil die letzten Semester echt kacke waren. Aber jetzt haben wir einfach Notendurchschnitt eins plus. Iana, du bist so cool. Die harte Arbeit hat sich also wirklich, wirklich gelohnt. Perfekt. Und natürlich werden wir uns gleich für ein weiteres Semester einschreiben. Wir müssen jetzt noch fünf Kurse absolvieren, um den Abschluss zu machen. Ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt drei Kurse. Und selbst wenn wir einen nicht schaffen, dann müssen wir den eben in der letzten Woche nachholen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist für mich ziemlich groß, dass wir irgendetwas nicht schaffen. Immerhin bekommen wir gleich ein Baby. Und Babys sind anstrengend. Aber wir werden natürlich wieder unser Bestes geben. Wir bleiben natürlich zu Hause und haben dann Geschichte Hauptkurs, imperiale Ambitionen, große und kleine Konflikte und leben im Mittelalter. Perfekt. Klingt sehr, sehr spannend. Und Lily ist Single. Wie ich mir gedacht habe, sie ist Single, Iana ist Single. Und ich finde, die beiden sollten zusammen leben. Also schreibt mir sehr, sehr gern in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn die beiden ihre Zukunft eben miteinander verbringen. Wir können sie natürlich auch gern verkuppeln. Also ich liebe Lily. Ich habe es schon tausendmal gesagt. Und wenn wir uns noch an den Anfang des Let's Plays erinnern, wo Iana immer mit Rory flirten wollte, wissen wir zumindest, dass Iana auch auf Frauen steht. Deshalb könnten wir die beiden natürlich sehr, sehr gern verkuppeln. Wissen wir eigentlich schon, was Lily bekommt? Wenn ja, habe ich es vergessen. Ich schaue einfach mal nach. Mit Iana werden wir dann natürlich zum Ultraschall gehen. Aber mit Lily können wir das halt nicht. Sie ist im zweiten Trimester und sie ist tatsächlich mit einem männlichen und einem weiblichen Baby schwanger. Das haben wir, glaube ich, schon nachgeschaut. Weil ich kann mich noch erinnern, dass der Partner seiner ihr war und ich keine Ahnung habe, wer er ist. Aber ich werde jetzt das Schwangerschaftsstadium auf erstes Trimester zurücksetzen. Denn ich möchte, dass sie die Babys gleichzeitig bekommen. Und Iana ist auch erst in 17 Stunden im zweiten Trimester. Dann passt das, finde ich, besser. Dann werden wir ihr jetzt mal die großen Neuigkeiten erzählen. Und irgendwie würde ich gerne wissen, mit wem sie zusammenlebt. Sie lebt in Willow Creek in der Schattenvilla. Und hier steht nämlich, freie Plätze im Haushalt sind nur zwei. Und sie hat schon ein Kind? Oh, wow. Das wäre dann wirklich eine große Familie. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach Lily besuchen. Wir werden das Ereignis jetzt mal beenden. Ist ja ganz egal, was auch immer das war. Und dann werden wir sie besuchen. Also sie wohnt in Willow Creek und in der Schattenvilla. Hier wahrscheinlich. Da steht hübsch. Da haben wir eben Lily. Dann haben wir Angela. Dann Ben, Fabian, Maya und Julian Pauls. Julian Pauls hat ja einen ganz anderen Nachnamen. Wo gehört denn der dazu? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir gehen sie mal besuchen. Und dann möchte ich ein bisschen die Familienverhältnisse herausfinden. Weil momentan sieht es so aus, als würden hier sehr viele Sims sehr zusammengewürfelt gemeinsam leben. Und bevor wir die gemeinsame Zukunft mit Lily planen können, müssen wir natürlich herausfinden, mit wem sie da verwandt ist. Wer dann auch bei uns wohnen muss. Und diese ganzen Dinge. Okay. Hier haben wir gleich mal das ganz kleine Baby. Den Julian. Julian, mit wem bist du denn eigentlich verwandt? Oh, du bist das Kind von Lily. Und der Vater ist Orange Bailey Moon. Okay. Hab noch nie von diesen Menschen gehört. Und dann haben wir hier noch Fabian. Und er ist der Sohn von Angela und Caleb. Wow. Also sind die Vampire da irgendwie auch mit im Spiel? Spannend. Wen haben wir hier? Dann ist das Angela. Das ist, denke ich, mal die Schwester. Die hat keine Eltern. Das steht da natürlich nicht. Aber sie hat drei Kinder. Also gehören alle anderen Kinder ihr. Ja, es wäre halt irgendwie auch cool, wenn wir dann in diese Villa ziehen könnten. Weil ich glaube, Ianas Haus reicht nicht aus, wenn wir bedenken, dass wir dann Iana haben. Dann haben wir Raya. Dann haben wir Lily. Dann haben wir Julian. Und dann noch Lillys zwei andere Kinder. Dann wären wir ein Sechs-Personen-Haushalt. Und dafür ist das Grundstück in Moonwood Mill definitiv zu klein. Also wir könnten natürlich dort ein neues Haus platzieren oder auch bauen. Denn ich kann jetzt bauen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich baue gerade für unsere Sims 4 Dating Challenge auf Twitch ein Haus. Und ich würde sagen, bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Ihr könnt sehr gerne vorbeischauen, falls es euch interessiert. Ich baue es auch ganz ohne Custom-Content. Also wenn ich damit fertig bin, steht es euch auf jeden Fall in der Galerie zur Verfügung. Die Größe von dem Haus wäre nämlich einfach perfekt. Also schreibt mir sehr, sehr gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würden wir ja auch in der Nähe von Ianas Eltern wohnen. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wohnen Ianas Eltern. Genau. Dann wären wir einfach die Nachbarn von Ianas Eltern. Das würde ich auch super süß finden. Und jetzt brennt es hier irgendwo. Wo brennt es? Oh nein! Lilly, weh, du verbrennst jetzt. Iana, komm, du löscht jetzt das Feuer. Okay, Lilly geht wieder. Sehr gut. Das passt mir sehr gut, denn ich möchte nicht, dass Lilly stirbt. Ich plane gerade eine Zukunft mit ihr. Also wie gesagt, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Ihr habt es sicher bemerkt. Ich bin wortwörtlich Feuer und Flamme für diese Story. Und die haben sogar einen automatischen Feuerlöscher. Sehr cool. Also ja, ich freue mich auf diese Story. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das auch cool finden würdet. Aber schreibt mir das natürlich gern in die Kommentare. Ach, und hier haben wir jetzt noch Maya und Fabian. Ist Maya auch von Caleb? Ja, Maya ist auch von Caleb. Und wo ist dann das dritte Kind von Angela? Ich bin verwirrt. Das wohnt anscheinend nicht hier. Sehr komplizierte Familienverhältnisse auf jeden Fall. Aber vielleicht hat Ben? Ben ist ein Teenager. Ben ist sicher nicht zusammen mit... Oh, Ben ist nicht ihr Freund. Ben ist auch Angelas Kind. Na, das habe ich jetzt sehr falsch interpretiert. Spannend, spannend, spannend. Aber ich könnte mir vorstellen, Angela hat von diesem Haus genug und möchte sowieso woanders hinziehen. Ja. Wir werden Lilly jetzt mal die großen Neuigkeiten erzählen und dann werden wir ihr eine lustige Geschichte erzählen. Und dann werden wir mal mit unseren Noten angeben und einfach sagen, dass wir gerade so gut in der Uni sind und so stolz, dass wir uns einfach so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Denn Lilly hat ja den Anfang mitbekommen, wie Iana mit allem gestruggelt hat und ist sicher sehr, sehr stolz auf sie. Dann werden wir mal wieder beste Freunde mit ihr werden. Das muss auf jeden Fall sein. Und dann möchte ich sie auch noch bitten, dass sie uns zur Geburt begleitet. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal funktioniert. In der Vergangenheit war das ja immer ein bisschen buggy, aber vielleicht klappt es diesmal. Oh, Iana, Heming und Lilly hübsch werden beste Freunde. Und Iana und Fabian haben sich aus den Augen verloren. Ja, das kann passieren. Mit dem müssen wir uns natürlich auch noch treffen und ihm sagen, dass wir ein Kind von ihm bekommen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und jetzt haben die beiden das Gefühl zusammengewachsen durch gute Zeiten. Das ist so süß. Dann werden wir noch einen Witz über Werwölfe erzählen und dann werden wir uns wieder auf den Weg nach Hause machen. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, hat Iana mit Lilly schon über das Werwolf-Dasein gesprochen. Also ich weiß es jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich glaube, Lilly weiß, dass Iana ein Werwolf ist und fand das auch ziemlich cool, was sehr gut ist. Denn früher oder später hätte ich gerne, dass wir auch sie verwandeln. Aber dann geht es jetzt erstmal wieder ab nach Hause und wir werden uns um Uni-Dinge kümmern. Und morgen können wir dann zum Ultraschall gehen. Und wir sind wieder da. Raya, was machst du? Ja, klar. Nein. Du wirst jetzt erstmal deine Hausaufgaben erledigen und dann wirst du ins Bett gehen. Und Iana... Oh, Iana ist schon wieder wütend. Wie könnte es anders sein? Stimmt. Schwangere Werwolf-Dasein ja echt creepy aus. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber auch sie wird sich jetzt erstmal um die Hausaufgaben kümmern. Für imperiale Ambitionen müssen wir eine Abschlussprüfung machen. Für große und kleine Konflikte auch. Und für Leben im Mittelalter müssen wir eine Präsentation machen. Sollte alles absolut kein Problem sein, stellen wir mal wieder die Präsentationstafel hier ab und dann werden wir uns um alle Hausaufgaben kümmern. Und den Ultraschall und die Geburtsurkunde von Raya werde ich jetzt auch mal hier an der Wand platzieren. Sonst würde ich es vielleicht noch mit dem Ultraschall verwechseln, den wir morgen machen. Aber dann werde ich die Nacht jetzt mal durchspielen und alle kümmern sich um ihre Dinge und wir sehen uns morgen in der Früh wieder. Und wir haben jetzt Samstag um 9 Uhr früh. Iana ist gerade dabei, ihr erstes Buch fertig zu schreiben. Also das haben wir ja im letzten Part angefangen. Es heißt Ich und meine Ruth, falls sich noch jemand daran erinnern kann. Und sie hat es gerade fertig geschrieben. Was für eine Errungenschaft. Iana hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit lesen kann. Iana kann es auch veröffentlichen. Klicke einfach auf den Briefkasten. Und damit wir das Buch jetzt nicht verlieren, also damit wir es trotzdem noch im Inventar haben, müssen wir es zuerst kopieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das geht. Ich lege es einfach mal irgendwo ab. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich finde das wirklich voll cool. Ich bin sehr froh, dass Iana damit angefangen hat. Ich und meine Wut. Die Qualität ist normal. Ja, wie sollte es anders sein? Es ist ihr erstes Buch. Kurzgeschichten von Iana Hemming. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über mich und meinen Umgang mit Wut. Kreativ, kurz und kratzig. Ja. Sehr, sehr toll. Genau. Wir werden es jetzt erst mal kopieren. Dann geben wir ein Exemplar zurück ins Inventar und können das dann über den Briefkasten veröffentlichen. Sehr gut. Wir haben es kopiert. Und dann kann Iana... Nein, kann sie doch nicht. Hä? Kann sie das denn jetzt veröffentlichen? Ich verstehe es nicht. Bin ich irgendwie blöd? Dieses Buch ist eine Kopie. Ah, da ist das Original. Okay, also müssen wir das Original ins Inventar geben. Und jetzt können wir es selbst veröffentlichen. Sehr gut. Dann wird Iana jetzt das Buch veröffentlichen. Aber ich glaube, wir werden hier den Ruhm ausstellen. Also, dass Iana immer wieder aus dem Rampenlicht austritt. Denn irgendwie glaube ich, sie macht das eher anonym. Also, dass sie eben alles unter einem Pseudonym veröffentlicht. Einfach weil sie ein Werwolf ist. Wobei andererseits ist sie jetzt ja auch bei der Moonwood Kommune. Und da bemühen sich ja alle, ein positives Bild von Werwölfen zu reproduzieren. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Schreibt mir das in die Kommentare, ob Iana eher aus dem Rampenlicht heraustreten soll. Und wir eben so tun, dass sie das alles anonym macht. Oder ob sie eben ein Star wird durch ihre Bücher. Schreibt mir da eure Meinung gern in die Kommentare. Ich bin da ein wenig zwiegespalten. Und dann müssen wir uns dringend um Joaru kümmern. Der stinkt schon wieder. Raya hat übrigens Angst, weil ein Monster unter ihrem Bett wohnt. Oh, ich glaube, das liegt daran, weil sie kein Licht in ihrem Zimmer hat. Wieso hat sie denn kein Licht in ihrem Zimmer? Hä? Sorry, Raya, das habe ich irgendwie vergessen. Hast du jetzt noch immer Angst? Ja, okay, dann mach ein paar Nickerchen. Es ist Samstag, da ist es nicht so schlimm. Aber anscheinend war sie die halbe Nacht wach und ich habe es nicht bemerkt. Großartig. Ich kümmere mich wirklich gut um dieses Kind. Und hier sieht es auch schon wieder schrecklich aus. Wie könnte das anders sein? Heute ist Tag des Unistolzes. Auf dem Campus von Foxbury findet der Tag des Unistolzes statt. Ja, eigentlich könnten wir da hingehen. Denn wir haben gerade eine Verwarnung bekommen von Diplomatie, von unserem Brudel. Also das heißt, wir müssen ohnehin jede Menge Nicht-Webbel verfinden und freundlich zu ihnen sein. Und dann könnten wir das doch eigentlich gleich an der Uni machen. Warum nicht? Dann werden wir da jetzt hinreisen und nehmen Raya mit und Lilly können wir auch gleich mitnehmen. Wir waren ohnehin schon sehr, sehr lange nicht mehr auf der Uni. Also wir studieren ja erst wieder seit gefühlt einer Woche. Wo ist nochmal Foxbury? Hier. Ja. Und dann reisen wir einfach hier zu den Gemeinschaftsräumen. Wie immer nehmen wir Lilly mit. Dann nehmen wir unseren Hund mit und unsere Tochter. Wo ist unsere Tochter? Raya. Hier. Perfekt. Und dann werden die sich jetzt da einen schönen Nachmittag machen. Aber wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir dann auch noch zum Ultraschall gehen. Denn ich muss das Geschlecht des Babys in diesem Part herausfinden. Ich bin da einfach immer so ungeduldig. Ich muss das sofort wissen. Und ihr wollt es sicher auch wissen, denn ihr müsst mir ja jede Menge Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Am besten auch gleich für die Babys von Lilly. Denn die werden ja dann auch Teil unserer Familie. Und wenn Lilly dann bei uns wohnt, müssen wir sie auch umstylen. Ja. Wobei, wenn sie gerne bauchbar herumläuft, wenn sie schwanger ist, soll sie das machen. Warum bist du traurig? Geteiltes Leid. Wegen Verbundenheit zu jemandem, der sich schlecht fühlt. Oh nein. Lilly, geht es dir nicht gut? Bewunder Lilly einmal und dann finden wir heraus, ob es ihr nicht gut geht. Ja, sie fühlt sich unwohl. Gut, dann kümmere dich um deine Bedürfnisse. Wir wollen dich da jetzt gar nicht aufhalten. Ach, das ist dieses Unifest auf dem Warnwäsch schon einmal, oder? Ja, das ist tatsächlich wahnsinnig unspannend. Da passiert nämlich so gut wie nichts. Aber wir müssen ja ein paar Nicht-Werber für kennenlernen. Stellen wir uns einmal bei Hakim vor und dann vielleicht noch bei Manabu und dann gibt es noch Moira und Jasmine und Haka Uha. Okay. Sehr viele unterschiedliche Leute. Wer seid ihr? Julia Wright. Ich glaube, die kennen wir schon. Und hier haben wir... Seiner, ihr. Den müssen wir kennenlernen. Jana, stell dich bei dem vor. Das ist nämlich der Vater von Lillys zukünftigen Kindern. Und den müssen wir auf jeden Fall kennenlernen. Der ist traurig. Vermutlich, weil Lilly gesagt hat, sie möchte nichts Ernstes mit ihm. Und deshalb ist er jetzt traurig. Armer sei, Nair. Aber Lilly ist ohne dich besser dran. Wir wissen es alle. Sie wird mit Jana zusammenziehen und die beiden werden glücklich sein und gemeinsam sehr viele Kinder großziehen. Äh... Okay. Jana hat jetzt einen Attraktivitätsalarm. Auf... Sei. Das werde ich jetzt mal ignorieren. Jana, das ist nicht nett von dir. Und er ist auch gerade gealtert zu einem Erwachsenen. Okay. Wir werden trotzdem mal einen Polizistenwitz machen und werden uns einfach so freundlich mit ihm unterhalten. Wir sind ja kein Unmensch, deshalb werden wir jetzt überleben, als Werwolf sprechen und dann Werwolf-Diplomatie ausüben. Wir haben beim Beschrieben jetzt auch schon fünfmal eine gute Werwolf-Botschafterin sein. Dann werden wir das jetzt gleich mal weitermachen und stellen uns jetzt auch bei Julia vor. Ich weiß nicht, woher ich ihren Namen kenne. Ich dachte wirklich, wir kennen die schon. Aber vielleicht kenne ich sie aus dem anderen Let's Play. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Und wir werden gleich mal wieder über unser Leben als Werwolf sprechen und dann auch noch Werwolf-Diplomatie ausüben. Sie ist jetzt sehr kokett. Jana, das ist wirklich gar nicht so cool von dir. Er hatte was mit Lilly. Das macht man nicht. Die beiden haben jetzt ein Gefühl miteinander erhalten. Ihr kennt euch seit einer halben Minute und sie haben größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Und sie sind schon befreundet? Vielleicht kannten sie sich doch schon. Warum schließt Jana plötzlich so schnell Freundschaften? Ach so, wegen Werwolf-Diplomatie. Das ist ja praktisch. Ja, dann machen wir das gleich bei allen anderen. Stell dich bei ihm auch vor. Denn immerhin bringt das unser Bestreben voran. Und das haben wir immerhin dann schon fast abgeschlossen. Also wir müssen dann nur noch Alpha der Moonwood-Kommune werden. Und das ist wirklich kein Problem. Wir sind immerhin schon Beta. Also wie ich schon im letzten Part gesagt habe, oder vielleicht war es auch schon der vorletzte, ich glaube, wir sind jetzt echt schon im Endspurt von diesem Let's Play. Also wir müssen uns wirklich schon überlegen, wie wir weitermachen. Ich hatte ja diese Idee mit Disney Villain-Challenge oder eben Märchen-Bösewichten-Challenge. Irgendwas von beidem. Also da könnt ihr mir noch immer sehr, sehr gern eure Ideen da lassen. Oder auch, wenn ihr gern etwas ganz anderes wollt, schreibt mir gerne immer alles in die Kommentare. Während Jana hier jetzt auf die Toilette geht und sich was zu essen kauft. Wir kaufen einfach ein Chili. Das ist nämlich gratis. Schauen wir mal, was Raya so macht. Oh, die sitzt hier ganz allein. Und schaut fern. Okay, na gut. Kann sie sehr, sehr gern machen. Immerhin haben sie zu Hause kein Fernseher. Deshalb kann sie das schon mal genießen. Und jetzt geht sie auf die Toilette. Ja, sie kümmert sich schon um sich selbst. Lily sitzt hier vorm Computer und unterhält sich mit zwei Menschen, die gerade gehen. Oh, und Joro muss auf die Toilette. Und Jana wird angerufen. Immer so viel auf einmal. Erinnerst du dich, als wir über Ash Harrier gesprochen haben? Wir hatten ein echtes Date. Nein, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich freue mich natürlich für dich. Aber in der Zwischenzeit kann sich Raya eigentlich auch noch ein wenig mit Lily anfreunden. Sie wird jemanden parodieren. Dann werden wir ihr eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und sie erzählt vielleicht einfach, wie das im vorvorletzten Part war mit Lou. Und dass sie sich eben so mit ihrem Vater gestritten hat. Und jetzt nicht weiß, wie sie da weiter vorgehen soll. Sie wünscht sich jetzt auch wieder etwas von Lou nicht gemocht werden. Naja, zumindest möchte sie nicht mehr der Feind von Lou sein. Aber das ist auch nicht viel besser. Egal, kann man nichts machen. Dann werden wir uns einmal über unsere Eltern beschweren. Wobei sie sich natürlich nur über Lou beschwert. Und dann werden wir sie einfach mal fragen, ob sie auch Kinder hat. Weil Raya natürlich auffällt, dass Lily sehr gut mit ihr umgehen kann. Und eben eine der wenigen Erwachsenen in ihrem Leben ist, mit der sie sich gut versteht. Und der Tag des Unistolzes endet bald. Ja. Ist jetzt eh nicht die spannendste Veranstaltung, die ich jemals gesehen habe. Deswegen ist das schon okay. Und Raya ist jetzt wieder wütend, weil sie einen neuen Fangzahn bekommt. Oh. Ja, ich bin Elternteil. Ich habe ein Kind. Stimmt. Den kleinen Julian. Den haben wir ja eh schon gesehen. Ja. Und dann... Oh mein Gott, wer ist hier gestorben? Warum steht hier eine Urne? Dennis Kim. Äh, war das der, der da gerade stand, bei dem wir Essen bestellen wollten? Ich bin verwirrt und ein bisschen verstört. Und wir gehen jetzt wieder nach Hause. In letzter Zeit passieren irgendwie sehr viele sehr salzame Dinge in meinen Let's Plays. Aber ich schätze, das ist in Ordnung. Vielleicht muss das auch so sein. Wir reisen jetzt auf jeden Fall wieder nach Hause. Lilly, du musst jetzt nicht mitkommen, aber Joru nehmen wir natürlich mit. Und dann werden wir mit unserer Iana zum Ultraschall gehen. Wobei vorher laden wir jetzt noch Fabian ein, denn mit dem müssen wir auch noch sprechen. Ich hoffe zumindest, dass er sich freut, dass sie schwanger ist. Laden wir ihn einfach mal ein und fragen ihn. Oh nein, nicht Raya. Nicht du. Okay. Raya lädt ihn ein, weil Iana irgendwie zu viel Angst hat. Und Raya ist der Meinung, Mom, du musst es ihm sagen. Und deshalb übernimmt sie das. Und jetzt will Julia irgendwas von uns. Was will sie? Sie will sicher beste Freunde werden, oder? Die wollen immer beste Freunde werden. Na klar. Auf keinen Fall, Julia. Was ist eigentlich mit dir? Und Fabian ist hier. Iana, jetzt wird es ernst. Bitten wir ihn mal herein. Und Julia, geh bitte wieder. Ich finde das so nervig, dass die immer kommen, beste Freunde werden wollen und dann sind sie stundenlang da. Das war jetzt bei meinem letzten Part der 100 Baby Challenge auch so. Also der ging am Montag online. Und wir haben Weihnachten gefeiert und es war eigentlich wunderschön. Und dann haben einfach zweimal Leute die Party gecrashed. Und ich fand das so schrecklich. Vor allem eine davon war in Unterwäsche. Und die war dann einfach das ganze Winterfest lang in Unterwäsche in unserem Haus. Aber egal. Wir müssen jetzt mit Fabian sprechen. Wir werden ihm einfach mal ein Kompliment über sein Outfit machen und sagen, hey, sieht echt toll aus. Und dann fragt sie, ist du eigentlich eh noch Single oder hat sich deine Situation in letzter Zeit ein wenig geändert? Hast du vielleicht jetzt einen Partner oder eine Partnerin? Fabian ist Single. Okay. Und dann wird Iana ihm jetzt die große Neuigkeit erzählen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Dann werden wir ihm noch sagen, dass er ganz sicher der Vater vom Kind ist. Er freut sich, glaube ich. Ja, voll super. Also Fabian freut sich über das Kind. Das ist wirklich, wirklich toll. Und jetzt weint er auf einmal. Äh, freut er sich doch nicht? Fabian ist verletzt. Fabian fühlt sich von Iana schlecht behandelt. Und wenn er in der Nähe von Iana ist, wird er an diesen Schmerz erinnert. Was ist denn jetzt mit ihm los? Was ist denn sein Problem? Denn Iana, du entschuldigst dich nicht bei ihm. Freut er sich jetzt über das Kind oder nicht? Ich verstehe nichts mehr. Aber gut, wir haben es ihm gesagt. Dann kann er jetzt auch wieder nach Hause gehen. Und Iana ist im zweiten Trimester. Das heißt, wir werden jetzt zum Ultraschall gehen. Vorher können wir noch den Geburtshelfer anrufen. Also ich habe ja den Realistic Childbirth Mod. Und ich glaube, Iana wird sich diesmal für einen Kaiserschnitt entscheiden. Einfach vielleicht, weil sie Raya auch nicht so lange allein lassen will und weil sie sich um die Ohne kümmern muss und sehr viele andere Dinge zu tun hat. Und deshalb denkt sie sich, ein Kaiserschnitt ist jetzt vielleicht die bessere Möglichkeit. Ein Kaiserschnitt ist die chirurgische Entbindung eines Babys durch Einschnitte in Bauch und Gebärmutter. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Du wirst während der Geburt wach sein und dein Baby wird dir übergeben, sobald es geboren ist. Sobald die Wehen eingesetzt haben, erfolgt die Fahrt ins Krankenhaus und das Ärzteteam wird bei deiner Ankunft alles für die Operation vorbereiten. Ein typischer Kaiserschnitt dauert etwa 45 Minuten. Nachdem das Baby entbunden ist, näht ihr Arzt die Gebärmutter zu und verschließt den Einschnitt in diesem Bereich des Bauches. Okay, sehr gut. Ja, wir wählen diese Option. Iana hat sich für den Kaiserschnitt entschieden. Wenn du deine Meinung änderst, ja, 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 dann können wir den Geburtshelfer wieder anrufen. Wo ist denn das jetzt nochmal? Und unter Reisen werden wir jetzt den Gynäkologen besuchen und wir nehmen Lilly mit. Wie gesagt, ich möchte ja, dass die beiden sich jetzt immer besser verstehen und deshalb wird Lilly sie jetzt zum Gynäkologen begleiten. Also ich hoffe wirklich, 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 dass ihr die Idee cool findet, denn ich liebe den Gedanken, dass Lilly und Iana gemeinsam Kinder großziehen und eine Familie gründen und ganz viele Werwolf-Babys in die Welt setzen und dass Lilly auch ein Werwolf wird. Ich liebe alles daran. Raya, wie geht's dir? Unser Kind ist so selbstständig, dann fütter doch bitte mal den Hund. Genau, ich habe ihr übrigens jetzt endlich ein Bett gekauft, weil, ja, es war ein bisschen nervig, dass sie nie ein Bett hatte. Wer ist in unserem Haus? Wieso ist gerade Sainair, der Vater von Lillys zukünftigen Kindern, einfach in unser Haus gegangen und heult sich im Bett unserer Tochter aus? Könntest du bitte gehen? Das ist unglaublich creepy. Iana ist nicht mal zu Hause. So. Iana ist wieder da. Sie ist zurück von ihrem Gynäkologen-Termin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Bevor wir uns die ansehen, wird sie aber sei noch sagen, dass er bitte gehen soll und was sein Problem ist. Wir werden ihn jetzt einmal anknurren. Ist zwar nicht gut für unser Rudel, aber das ist mir egal. Er kann nicht einfach bei uns auftauchen und unser Kind erschrecken. Dann werden wir ihm verbotene Wörter um die Ohren brüllen und dann schickt sie ihn einfach nach Hause. Das ist nämlich echt gruselig, weil selbst wenn er Iana erreichen wollte, er hätte doch anrufen können. Man geht doch nicht einfach in ein fremdes Haus. Gehst du jetzt bitte endlich weg? Ich möchte nicht mehr, dass du da bist. Verschwinde. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, natürlich. Ich habe mir sehr, sehr gern für dich Zeit genommen. Gut. Aber jetzt schauen wir uns das Ergebnis der Ultraschalluntersuchung an. Da sind eindeutig zwei Babys. Wieso ist mein Leben so? Wieso kriegt sie jetzt auch zwei Babys? Ein Junge und ein Mädchen? Das heißt, wenn Lilly bei uns einzieht, dann sind wir einfach zu viele Sims im Haushalt, oder? Also wir haben Iana, wir haben Raya, dann die zwei zukünftigen Babys. Dann haben wir Lilly, dann haben wir Julian und dann ihre zwei Babys. Das sind acht Sims. Das sind zu viele. Vielleicht muss Julian doch bei seinem Vater leben. Oder hat irgendjemand von euch eine bessere Idee? Schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare und natürlich auch jede Menge Namensvorschläge. So viele neue Babys werden kommen. Es wird so stressig werden. Aber ich freue mich irgendwie schon drauf. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!